wer sagt an mir ist egal wollte nur schon mal sagen dass ich auch hallo und herzlich willkommen zu leff oder zwei mein name ist daniel p und mit dabei ist wieder und ich bin der liebe volle apfel und wir sind gerade hier auf ein dach gestrandet genau wir müssen zu einem konzert ich versuche mal so ein 360 und ein charger oh der hat die kiwi da hinten ist noch ein zombie ja jetzt habe ich auch mal wieder leben wenn ich drauf gehe ist das scheißegal ihr dürft nicht drauf da oben ist munition ja hätte ich mal nötig langsam ach scheiße der kommt zu dir hoch hinter dir ach so dass die führung zu haben kriegen sie die klopfe an der tür ja man das ist mein aufgabe das ist das selten guck mal hier muss ich erst auffahren Die Tür muss ich erst auffahren. Oh oh! Falle! Das sollte uns ein bisschen helfen. Ach du, Roppel. Wie kann ich? Das ist doch nicht. Danke Roppel. Oh nein, 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 nein. Wut! 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 Okay. Wut! Alter, wie viel das sind, ey! Wut! 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 Kann das sein, dass das gar nicht aufhört? Absolut. Boah, das ist heftig, Alter. Was? Hilfe! Wut! 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 Fali ist auf der Marsch! Wut! 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 Geil, als ich meinen Katana verloren habe. So eine geile Waffe. Ne, lol, ich hab's komischerweise noch, obwohl ich auch gestorben bin. Ja, aber du hast sie ja am Anfang auch schon. Ach so, nur wenn ich jetzt sterbe und dann, wenn's nicht Kapitel kommt, dann hab ich's nicht mehr, gell? Dann hättest du's auch noch was. Jetzt hab ich fast rum, ich glaube, ich bin ganz oben da. Scheiße. Lade nach! Durch den Autoscooter! Echt, du warst das oben? Ja, guck. Das ist hier der Helicopter. Das war der Kleider. Wegen... Clown, was soll denn das jetzt? Der Clown nervt schon irgendwie. Ich hoffe mir das jetzt hinten nicht, wie du einen Charger drehst. Oh, ein Tink. Auch nicht. Gar nichts. Katana wär jetzt nicht schlecht. Ja. Das haben wir jetzt auch nicht mehr. Ich hab's noch. Aber Rich wär... Wär jetzt übel. Die hör ich auch schon. Ich hab' diesen Flimmer-Scheitch abgekriegt. Wenn ich sterben würde... Wenn ich sterben würde... Hört ihr auf, nicht abzubleiben. Halt mich eben. Die Rich saß dort, guck mal. Die Rich saß hier drin. Hier saß sie so und sag doll. Boah, übel. Ich hab ein wenig hier, warte mal. Ich lade mich schon mal vor. Lade nach. Falli, wenn du irgendwo gezwertet würdest, komm mal zu mir, Falli. Los, rein ins Stadion. Falli, komm zurück. Warum? Komm zurück, komm zurück. Du brauchst sehen, warum? Sag mal, ist die Frau eigentlich bescheuert? Die Roche hatte seine Pistole aufgehoben. Ich wollte die Knarie ziehen, wenn wir das Katanat verlaufen. Ich hoffe doch, dass wir uns versehen. Egal, wir finden bestimmt gleich nochmal. Maulwurf schlagen. Komm lieber, weiter. Okay. Wir wollen jetzt mal schneller durch. Also, wenn ihr irgendwo eine Sekundärwaffe seht, sagt ihr Bescheid, dann nehme ich die. Dann kann einer von euch beiden meine Dinger nehmen, hier, mein Katana. Hier. Falli, komm her. Oder einer von euch beide ist mir wurscht. Nee, ich hab ja die Axt. Ich hab ne Axt. Jo, Falli, dann komm zurück zur Scheune. Komm mal. Waffen! Ich glaub, ich brauch gleich Energy trink. Meine Augen werden schon, also schwer. Was hast du in der Hand? Baseballschläger. Und jetzt? Yeah. Und nimm ich jetzt aber die Basie. Ich brauch eine Nahkampfwaffe. So. Wir sind doch noch Waffen. War mal nicht so dolle. Molotow für mich. Lol, hier da. Oh, seitdem Daniel. Ich seh' nichts. Daniel, wer da wo du bist. Achtung! Na, jetzt ist es wieder gut. So langsam brauch ich nur ein Zür. Was? Geil. Nimm's Ninja-Schwert. Über die Dächer. Daniel, du brauchst es doch noch eins, komm her. Nee, ich hab doch Axt. Nee, nimm's, nimm's, Katana. Nimmst du die Axt? Ninja-Schwert hier. Aufpassen! Ja, dann nimm die Axt. Und ich brauch so langsam mal Munition, sonst geh ich echt gleich drauf. Oh, halt. Der Spiel leckt zwar nicht, aber sobald ein bisschen sehr viel geballert ist und sehr viel Blut ist, dann leckt es dann doch schon ein kleines Kurz und dann ist es vorbei wieder. So, wie wollen wir das? Oh nein, Jockey! Falli! Die Jockey ist ja auch irgendwie schlimm, ey. Uiui! Jolo! Boah, alles brennt! Ich zum Glück nicht. Aber jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Durchrennen! Ja, dann können wir aber erstmal alles so ein bisschen einbunkern hier. Ich hab schon so ein Brennfass, komm mal. Da hast du schon. Ich hab hier auch Molli in der Hand. Nimm den, nimm alles mit. Wo lege ich's am besten hin? Jungs! Jungs, 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 Jungs! Ich drück mal auf den Knopf, okay? Ja. Oh, wie kommt es da hin? Jo, Munition. Jupp. Sie kommen! Okay. Yeah. Jetzt müssen wir die erstmal ein bisschen aufgehalten haben. Die Rockstar, die hängt am Feuer rum, die Joll. Scheiße, Vorsicht! Au, au, au. Ich wurde gerade von Arschbomben. Oh, die kommen ja auch von hier. Die kommen von überall. Dafür, dass wir auf dem Laptop spielen, keinen Spiel und den höchsten Auflösungen spielen. Schon geil. Das ist cool. Und dafür ist dann geil, dass es geil ist, der neue Laptop. Okay. Okay, jetzt renn ich durch. Ich renn durch jetzt. Okay, das ist auch nicht. Ihr habt ja beide noch mehr defilziert. Fuck! Na toll. Dass dann immer noch den Exo-Kids versagen können. Wo müssen wir dann hin überhaupt? Weg! Und Rochelle ist tot. Und ich auch gleich. Lass einfach weiter. Scheiße, auf die Hutsche. Ich halte die auf. Ich bin in Dingsrum. Ich bin in Dingsrum. Komm, 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 komm. Nein. Egal, gar nicht. Ja, hab ich ja. So, das geht gut. Muss man das wenigstig noch machen? Ja, das nächste Kapitel ist genau geschnitten. Hunter. Das weiß ich auch. Lad ihn ab! Leute, Hunter. Oh, es wird langsam dunkel. Ich spüre mich. Oh, es wird kalt. Oh, es ist kalt. Jetzt weiß ich, wie es anfühlt. Wir sehen uns wieder. In der Hölle. Ja, süß. Da liegt die Medikin. Ich muss mich an. Ja, das hat sich... Das ist ein Gewicht. Hat dich auf die Zombies gewettet. Ja, ha, ha. Eigentlich habe ich die Zombies gewettet. Heimlich habe ich auf die Zombies gewettet. Mann, bist du nicht zu uns, Daniel. Echt. Ja, siehst du. Du hast ja volles Vertrauen in uns. An der Stelle wäre ich ein Granatenwerfer geil gewesen, ey. Aber öbel. Oder ein Flammenwerfer. Oder eine Kettensäge. Eine Kettensäge wäre auch gut gewesen. Oh, tot, 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 tot. Jetzt habe ich meine AK mit Laser nicht mehr. Scheiße. Wie spät haben wir das eigentlich? Ich weiß, wie wir dem Heli signalisieren. Erstmal sammeln wir Vorräte. Habe ich noch genug Zeit? Habe ich noch genug Zeit? Warum das gesetzt? Das ist mit Feuerwehr. Das ist mehr ein Break machen, oder? Ähm, warte mal. Das ist ein Zeug. Der Heli-Pilot muss das sehen. Ja, sechs Minuten. Alles bereit für die Show? Seit meiner Geburt. Weil wir können ja ich noch anfangen, oder? Dann nichts wie hin. Jeder schnappt sich eine Waffe und dann ab. Jeder schnappt sich eine Waffe und dann ab. Und dann ab euch in Sturm gewinnt. Ab durch die Mitte. Na gut, los. Lade nach. Go, go, go. Also dieses Sturmgewert klingt so unnormal overpowered. Wie ist das LNG? Wie ist das LNG? Wie ist das LNG? Wie ist das LNG? Ich will mal gucken. So etwas Feines. Ja, ein Klo. Super. Boah, ist das dunkel. Hier hat jemand das Licht nicht angemacht. Überall räume, wo nichts drin ist. Ich bin nicht drauf verzogen. Voll die Band hier. Das auch zoppig sind. Ne, ist das nicht der Fall? weil es nur auf einem Konzert natürlich sind und die sind ja ich habe dort Massen gehört das ist die Beziehung der Führer und vor Städte zu er hat gleich ein Loch in die Tür geboxt bei der Brüche da ja ja hier ist so eine Delle in die Tür und jetzt ein Handwerker und ich bin natürlich in der Säure die war auf Metall ach du Kacke Alter wie ich schon mal da drauf gehen kann bei der Säure noch 31 plus hast du keine Heilung mehr? ne ich habe mich da vorn schon geheilt komm her, bleiben sie stehen Trottel da ist die Bühne ja ich habe Bumakotze das ist Bitter Scheiße Spitter Scheiße oh hier ist die Bühne ja das wird verdammt schwer echt jetzt? oh ich glaube mich aber lass doch erst mal vorbereiten oder? Lichter an! du kannst dich vorbereiten aber es wird geil wo wir jetzt alle Gitarre spielen? geht mal da oben auf die Tribüne bitte und aktivierst da oben mal was aktivieren? was ist das hier? den Knopf helfen wir uns auf, nicht drücken den Knopf auf was ist das hier? Feuerwehr können wir nehmen ja ne eben nicht, wenn du drauf schießt dann geht es hoch aber lass es mal nein ich kann es nehmen hier siehst du? ja dann kannst du es irgendwo hinsetzen und dann kann man drauf schießen guck mal ich zeige es dir an achso achso ja dann äh nicht drauf schießen ne verteilt es einfach mal ein bisschen weil jetzt habt ihr ja schon drauf geschossen aber nur einmal ja ich hab ja hier Haufen Pakete drinnen so weiter mit seinem Benzinscheiß da muss er verteilt werden und wenn du den Knopf hin Falli du siehst ja hier die gelben Röhrchen an der Seite gell? Falli schon mal aufrollen Daniel? ich geh mal hoch da Daniel guck mal kurz da aber noch nicht aktivieren ne ne geh nur hoch Falli guck mal jetzt Lichter an du siehst doch die gelben Rohre hier gell? ja und hier auf der Tribüne ist ein Knopf wenn ich da drauf drück dann fliegen hier Funken und damit kann ich die Gegner im Umkreis verbrennen deswegen kommt der wenn du das da oben gedrückt hast kommst du sofort wieder runter das wollte ich grad wissen ja kommst du sofort wieder runter zu mir und dann mach ich das Ding an wenn die Zombies kommen und hier sind nämlich auch nochmal diese Funken Dinger weißt du ist eigentlich richtig geil ich krieg grad nur richtig Muffensaus ich glaub ich bin doch mal ne Gitarre mach ein bisschen Musik da ne ne warte mal wie ging das Lied nochmal ähm West Virginia ok so Falli hast du's? hast du ausgestattet? glaub schon ja dann würde ich sagen dann drück drauf fertig jetzt komm wieder runter schnell oh das wird übel ey Falli komm her boah was geht ne Gitarre edelääääää okay oder schaun die Rockconzert um das Signal zu geben ok dann würd ich sagen legen wir los kommt dein auch Musik wuuuuuuuuu Oh mein Schmeiß ja es kommt Musik komm wir spielen Das Lied ist geil! Boom baby Cool assist Way Sweet guy Super Oh fuck Das ist so cool Danke, Rochelle. Und geht's noch gut? Wie sieht es aus? Jetzt geht's los. Wir sind die Midnight Riders. Was denn jetzt? Hunter! Tank! Wo ist der Tank? Ach, da oben. Lass den Tank mal herkommen. Tank soll nun herkommen. Da wird gut nämlich aufgeputzelt. Alter, der nicht so gebummt. Wie jetzt? Wie jetzt? Haben wir nichts mehr? Doch. Zum Brennen oder so? Zum Brennen? Doch, hier andauert, wenn der Knopf drückt ist. Munition hier! Wenn der Knopf hier zum drücken ist, dann haben wir wieder Feuer dann. Lade! Wir sind ja noch nicht fertig. Lade! 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 Nicht ohne Brombe! Wir müssen doch eigentlich auch irgendwo Granaten machen. Lade nach! Oder war das so Weibemodus? Da liegt ein Mollus. Mollus könnte ich jetzt auch mitgebrochen. Jetzt ist die Zeit um. Jetzt musst du eigentlich einen Schnitt mal machen. Machen wir einen Schnellschnitt? Nee, geht doch nicht. Ach, bei dir geht das nicht. Okay, dann müssen wir ein bisschen länger machen. Nein! Egal. Würde euch bestimmt auch mal freuen. Uma! Schwabeltante! Ich hole mir jetzt mal einen Mollus. Now, put the button! Ich bin gleich drauf. Ich kann nur noch 11% leben. Also wenn der eine 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 Heilung hat. Pass ein bisschen auf. Eine Heilung hab ich ohne mehr. Aber hier brennt überall alles, ey. Fuckin alles ab hier. Jetzt haben wir aber nichts noch zum Brennen. Lass den Scheiß! Was jetzt? Ah, jetzt sind wir diese mittleren Dinger angegangen. Ich glaube ich bin gleich gefangen. Die da oben sind ja. Deswegen, wir sind jetzt. Oh, jetzt ist es heftig oder? Also der Helikopter sollte jetzt gleich kommen. Ja, jetzt kommt die vorher hin. Das ist die Gegend. Tank! Oh, ich kann es gleich wieder erwischen. Wer auch darf? Wir wissen jetzt keine Zeit. Komm, ruhig. Komm, ich hab jetzt nicht mehr. Komm, ich hab jetzt nicht mehr. Komm, wir haben jetzt einen Leipzig neig. Wir müssen doch jetzt kommen. Komm, noch ein Ding. Ich schwör aus. Oh, jetzt wird es heftig. Da ist der Helikopter. Oh, der Helikopter. Oh, der Helikopter. Oh, der Helikopter. Oh, der Helikopter. Also so fliegen kann ich jetzt auch wieder nicht. Wir haben Waffen. Das ist krass. Ne, er landet da. Hilf mir. Hilf mir. Für Einsteiger. Ach, ja. Ich muss gerade wieder da bleiben. Was soll mir denn da rein? Ach so, die ist in die Bühne. Ich muss in die Bühne. Ich muss in die Bühne. Füße drauf. Füße drauf. Für euch quicum? Hu, 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 hu. Wir nehmen es ein Charter deswegen. Nein! Nein, es ist ein Heli. Ehe auf, dafür ist jetzt wirklich keine Zeit! Ach komm! Wir drücken wieder auf einen Eintrack. Zieh mal was an. Was will ich noch machen? Wir schicken ein. Nein, wir laufen zu wie die Kuppter ab. Ich hab die Erdungsschaft nicht gekriegt, weil ich gestorben bin. Das ist ja hart. Boah, übel. Kann ich mehr. Jetzt muss ich das Spiel nochmal machen, weil ich es nicht geschafft habe. Weil ich nicht verreckt bin. Zum Gedenken an Roche und Kiri. Roche. Ja, und jetzt machen wir hier auch einen Schnitt und sagen, wir hoffen es hat euch gefallen und tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.